so meine freunde hier sind wir wieder im inneren angelangt und was erblickt in meine augen weitere gastronomie ein box street das ist halt so typisches asia takeaway box nudel reis keine ahnung food da muss es nicht sein wir schauen mal ob es nicht etwas besseres gibt das sind halt so belegte teigwaren kuchen das riecht nach waffeln da ist auch ein kilo hier klar popcorn das kriegst man alles hier also ein richtiges multi espacio mit gastronomie ladenflächen und event mix bestimmt gibt es ja auch noch irgendwie die disco könnte ich mir auch vorstellen es ist nicht so selten in spanien und das geht ja über mehrere etagen und das ist eigentlich immer so die gastronomie ist meistens in den oberen etagen so machen wir weiter la burguesa das werden burger sein gehe ich mal von auch so und haben wir hier pollio campero das ist etwas mit geflügel hähnchen wahrscheinlich und haben wir das käme natürlich auch da vorne sind wir schon bergert gegen starbox dunking coffee also hier ist wirklich ein reichhaltiges angebot für jeden macht so mal für kinder für pärchen auch ein bisschen feiner vorne udon udon ist etwas teilen dieses ist glaube ich eine stadt oder ein distrikt das ist ein zeichen für etwas asiatisches es gibt da das udon nudeln das kennt man bestimmt so natural kebab taco bell also hier ist wirklich alles alles vertreten ja also ich habe heute mal keinen bock auf irgendwie fast food kann man sich auch geben kann man sich auch geben kann man sich auch geben ist klar ja 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 auf jeden fall nur heute würde ich gerne was das ist nicht ein anderes nehmen die frage ist halt nur fast das hollywood ja ich habe keinen bock zu warten weil einige lokale scheinen nicht unbedingt jetzt hier betriebsbereit zu sein also die ketten haben durchgehend auch so wo noch richtig gekocht wird also nicht system gastronomie da müssen wir mal gucken was auf hat ja was haben wir hier frankfurts original frankfurts ja das werden hessische spezialitäten sein wir haben ja kfc colonel sanders in the place to be ja ich weiß ja nicht leute ich muss noch mal gucken und dann entscheide ich mich was ich nehme also in diesem sinne bis dann m ich Vielen Dank.